Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde vom eSports Manager hier aus TGAM Studio. Mein Name ist Master Schröder, unser Team ist schon wieder voll ausgewählt für die neue Saison. Wir haben die Teamvorstellung im Social Media gemacht, trainieren, würde mal sagen, wir machen einfach mal Attack of the Clowns platt und dann gucken wir mal wie es geht. So, und zwar, nee eigentlich, das will ich ja nicht, gar nicht, ich will, dass die hier alle AI gesteuert sind, weil ich habe es wirklich nochmal versucht, also immer für mich selber so ein Spiel angefangen und gesagt, Menschenskinders, ich will mir das jetzt unbedingt mal angucken, wie das hier geht, aber ich kriege es wirklich nicht hin. Aber gut, das mit dem Herzen haben wir überall aktiv, okay, da wollte ich ja nochmal nachgucken, ob ich das wirklich aktiv habe. So, die beiden gehen nach unten und die drei gehen nach oben und werden obenrum alles sauber machen oder aufräumen. Ich denke mal, ich werde noch ein paar Teamskaps verteilen, indem ich einfach sage, dass die alle möglichen Waffen können und dann werde ich dann mal auch ein bisschen die Waffen durchtauschen, dass hier unser Chaos eventuell auch so ein MG kriegt und so weiter, dass wir gar keinen Scharfschützen mehr großartig haben, obwohl einen brauchst du eigentlich, aber na gut. Ja, gehen wir nochmal ins Spiel und kommentieren dieses. 3, 2, 1, auf geht's. Wir haben mittlere Geschwindigkeit ausgewählt und unsere Dreierteam oben nimmt, oben nimmt den Punkt an, das Dreierteam unten nimmt diesen Punkt ein. Hier ist IT auf sehr aggressiv eingestellt und hier unten hat er auch zwei rausgeholt. Thompson könnte jetzt in IT dort natürlich ein bisschen was antun. Die Granate ist natürlich wieder ganz bitter für uns. Dadurch haben wir wieder sehr viele Leute verloren, aber dort wird erstmal eine Nate hingeworfen. Die ist zumindest schon mal halbwegs bitter für den Gegner. So, zack, da sind zwei umgefallen. Was macht Mr. T? Mr. T nebelt sich erstmal ein. Er denkt sich, komm, wenn meine ganzen Mates tot sind, ich stehe erstmal im Wald und guck mal, ob es rauscht. So, Thompson kommt um die Ecke gerannt und ist natürlich wieder extrem aggressiv. Und allerdings, Nate wird in die Mitte geschmissen, die dann erstmal zumindest Ronald so weit beschädigt, dass wir ihn nicht töten können. Doch, jetzt ist er tot. Mr. T ist auch schon gestorben. Das Chaos kommt hier hinten wieder ganz alleine um die Ecke mit dem Schausschützengewehr. Der Medic hat mit seinem MG ordentlich zu kämpfen, muss aber leider auch den Tod in Kauf nehmen. So, Master Schröder alleine gegen Magnets. Äh, ja, die Granate wird natürlich dafür wieder sorgen, dass meine Leute beide sterben. Gut, hier unten sind sie auch alle tot. Necromancer, das hat irgendwas, äh, na gut, hier hat Chaos zumindest den Punkt erstmal gerettet. Ronald geht erstmal hin, also wir sind gar nicht so schlimm. Zack, der erste Schaussschutz war drinne. Und danach ist er ins MG-Feuer gerannt und jetzt rennt sie erstmal hin, her, hin, her. Das ist so bescheuert, ne? Lass die doch wegrennen von der Granate, ist doch kein Thema. Kann man doch machen. Was ist denn hier, Master? Machen tot. So, Mr. T kommt hier unten um die Ecke. So, Ed hat ein bisschen Granate gefressen. Zack, ist jetzt down. Die rennen aber auch alle zurück. Also, das mit den Granaten, das müssen wir echt nochmal üben. Okay, gut. Das Chaos überlegt sich erstmal hin, her, hin, her. Jetzt kommt Magnets um die Ecke und putzt Chaos erstmal weg. Thompson schiebt sich da in die Mitte und dann fliegt die Nate dahin und dann... Au, sind sie wieder tot. Sind sie wieder tot. Aber hier kommt der Medic erstmal von hinten und der Necromancer konnte ihn aber erlegen. Mr. T kommt angelaufen mit dem Gewehr. Schafft es aber irgendwie, Full Life nicht gegen ihn anzukommen. Der obere Punkt ist auch erstmal wieder besetzt. Chaos und ich weiß nicht, warum die dann manchmal am Anfang wegrennen und dann wieder hinrennen. Also, gut Leute. Also an dieser KI-Geschichte, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich denn, wenn man die hochlevelt mit irgendwas, dass sie dann vielleicht bessere Punkte haben, dass sie dann das automatisch besser machen. Also, ich kann nur ein paar Punkte noch verteilen und die werde ich, das werde ich verteilen, dass ich jetzt einzeln denen die Waffen quasi, die ganzen anderen Waffenklassen gebe. Und dann mal gucke, dass ich denen vielleicht eventuell jetzt erstmal alle auf Gewehre setze oder auf MGs oder sowas. Aber mit einem Scharfschützengewehr kann hier anscheinend gar keiner umgehen. Und die MP ist glaube ich auch ein bisschen, sagen wir mal ein bisschen underpowered. Weil er doch sehr, sehr nah an den Gegner ran muss. Und mit einem MG wird man da dann doch relativ schnell weggeschlachtet. So, Tom Snowmaster haben nicht einen Kill hingekriegt. Falls ja irgendwas klappert, mit dem Grund ist die Katze. Ja, verdient verloren. Kann man nicht anders behaupten. Und ich werde jetzt die Leute hier alle auf Defensiv stellen. Und einfach mal gucken, ob ich mit einer defensiven Taktik hier irgendwie durchkomme. Dass die wirklich dann Punkte holen und die verteidigen. Das wäre ja mal schön, wenn die dann als Gruppe zusammenbleiben. Ja, die Geschwindigkeit muss jetzt nicht unbedingt erhöhen. Denn wir haben es wieder zumindest geschafft, als erster die Punkte einzunehmen, die dort sind. Zack, und jetzt dann fliegen Granaten. Und naja, gut, okay. Gut, Master hat hier oben versucht zu stealen. Das war ein bisschen sehr wenig erfolgreich. Jetzt kommt Chaos wieder raus. Er legt ihn sogar. Ich bin stolz auf Chaos. Und die Dreiergruppe geht hier rum und kann Ronald... Naja, gut. Er hat sich selber mit der Granate umgebracht. Katzeraste geradeaus. Hat gerade Futter gegeben. So, ein bisschen plämpläm. Das ist ja immer ein bisschen plämpläm, der Kleine. Naja, so ist er halt. So, die nehmen die Granate erstmal. Sehr schön. So, hast du ihn erstmal runter genannt? Okay. Gut. Aber, da unten wird uns ein Punkt geklaut. Da geht das Chaos jetzt alleine hin. Der wird King Magnets. Oh, Medic hat Magnets umgelegt. Sehr gut. Wie sieht es hier oben aus am Punkt? Thompson kommt um die Ecke. Aber die haben den Mittelpunkt jetzt wieder sicher. Und auch wirklich sicher. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht trotzdem schneller bewegt als vorhin. Macht aber nichts. Wir sind relativ von den Punkten. Hier sind wir relativ nah beieinander noch. So, ja. Da ist er jetzt voll ins MG gerannt. Gut. Er hat den Punkt geholt. Chaos sagt, dann rennt er oben lang. IT gegen Master gewinnt IT. Chaos hat ihn zumindest zerlegt, aber hat auch ohne Schaden gefressen. Mr. T steht in der Mitte und holt den Punkt. Ronald steht hier unten und holt den Punkt. Das ist ungünstig, weil jetzt haben wir gerade jetzt bloß noch einen Punkt. Na gut, er hat die Gegner auch los zwei. Jetzt hat der Gegner drei. Gut, aber der Medic konnte ihn erstmal wegholen. Jetzt hat der Gegner vier Punkte. Ja gut, jetzt geht es natürlich radikal nach oben. Thompson und Medic waren jetzt ganz unten dabei. Master hat immerhin schon mal einen Kill gemacht. Das ist sechsmal gestorben, drei Frauen lang. Immerhin ein bisschen was. Wir töten zu wenig. Eindeutig. Wir töten zu wenig. Gut, wir haben jetzt hier im World Wide Web wieder ein paar neue Fans gekriegt. Und ja, dann gucken wir doch mal. Benötigte Anzahl der Fans. Okay, Siege. Nee, benötigte Team Skills sind 50 und 60 soll man haben. Wir sind Level 4. Oh, sehr schön. Das heißt, ich hätte neue Eigenschaften, die ich verteilen kann. Okay, wir können jetzt die Karte hier drehen. So, das heißt, Skills vom Master. Wir können Grenadier. Gleich weiter der Granaten. Bloß einen Meter Zerstörungskraft der Granaten. Da bringen sie sich bloß selber mit um. Aber okay. Unzerstörbar aktiv, wenn der Charakter tödlichen Schaden nimmt. Effekt Länge 2 Sekunden. Charakter wird für kurze Zeit unsterblich. Danach stirbt er. Ah, das ist das, was wir da immer sehen. Wo sie eigentlich schon tot sind, nochmal 2 Sekunden weiterlaufen. Was sind 6 Sterne? Ja gut. Immer her damit. So, und dann gehen wir hier aber auch die ganzen Wuppen erstmal schon mit dazu. Und dann können wir uns den mal zusammensetzen, wie wir den hier gerne haben wollen. So, ihr kriegt auch auf jeden Fall die beiden Punkte. Und dann gucken wir uns mal durch hier. Aber Thompson werden wir auf jeden Fall aufs Gewehr setzen. Und Chaos auch. Den werden wir vom Strafschützengewehr befreien. Und den anderen von Dings. Die werden auf jeden Fall erstmal das Gewehr mitkriegen. So, dann haben wir hier noch ein paar Punkte rein. Also kriegen wir auf jeden Fall schon mal Team Skills rein. Äh, oh, die sind hier jetzt so... Ich hoffe nicht. Äh, die müssen wir dann ordentlich pflegen. Oder pflegen dann so. Mr. T ist dann nochmal dran. Der ist ja auch schon Gewehrspezialist. Der kriegt dann auch noch das schwere Geschütz mit dazu. So, Medic kriegt das dazu noch. Dann kriegst du das schwere Geschütz noch mit dazu. Und das hier. Dann haben wir noch 13 Punkte. Eins, zwei. Thompson. So, eins, zwei. Und dann fehlt eigentlich ihm nur noch das Beide hier. Dann müssen wir noch ein paar Stärchen kriegen. Aber, das kriegen wir auch hin. So, jetzt müssen wir unser Team erstmal... Also, jetzt sind sie dann erstmal gut ausgebildet. Können erstmal mit jeder Waffe. So, du gehst erstmal essen. Du gehst schlafen. Du gehst dorthin. Und du gehst schlafen. So. Dann hätten wir das erstmal. Jetzt können wir hier mal bei den Sponsoren mal gucken. Hier können wir mal einen Vertrag unterschreiben. Ja, den möchte ich gerne unterzeichnen. Jetzt haben wir hier für fünf Wochen zumindest ein bisschen Sponsorengelder. Ich hoffe, dass uns das hilft. Dass wir da auch noch ein bisschen besseres Equipment uns kaufen können. Ich werde jetzt auch mal... Teamvorstellung. Wir haben uns auf Level 4 erhöht. Oh, da können wir natürlich ein paar Sprüche machen. Das stimmt. Da können wir natürlich ein bisschen... Da machen wir auch einen kleinen Film und eine kleine Beschreibung. Ja. Bei Twitter gibt es eine Grafik und eine Beschreibung. Ja. Bei Facebook eine Grafik und eine Beschreibung. Ja. Und im World Wide Web gibt es eine Grafik und eine Beschreibung. So. Das sollte uns denn hier noch ein paar tolle Sachen geben. Also ein paar mehr Fans. Wir müssen natürlich leider wieder uns selber attestieren, dass wir leider wieder zu schlecht waren, um... Also, Mr. T bleibt dann immer über, ne? Wir müssen Mr. T auch mal ein bisschen was machen lassen. Na gut. Kriegen wir aber auch hin, dass der wieder richtig fit wird. Ähm... Hier kommen wir, Mr. T, gehen wir schon mal schlafen. So. Und du gehst... So, von mir ist Fitness machen. Und du gehst jetzt erstmal nichts machen. Du gehst... Schlafen. Dann bist du schon wieder auf 100%. Du brauchst Essen. Dann bist du auch auf 100%. Und Mr. T... Ja. Na gut. Der war ja auch gar nicht so weit runter. Aber stimmt. Der hat die anderen beiden Level die Punkte dann nicht dazu gekriegt. Ich glaube immer, wenn die aufsteigen, dann kostet das auch richtig viel Lust und Laune oder sowas. Ich weiß nicht. Oder ob dann die Ansprüche generell steigen. Ich weiß auch nicht, ob die mehr Live haben. Umso mehr Level die haben. Wir werden mal sehen. Aber ich bin ja schon mal ganz froh darüber, dass wir es geschafft haben, äh... Ein bestimmtes Level oder einen bestimmten Punkt jetzt dazu zu überbreiten. So, du musst noch Essen. Ähm... Mr. T muss auch noch Essen. Und hier unser Master. Der muss noch ein bisschen Fitness betreiben. Und ja. Und ja. Und wenn wir Mr. T noch auswählen, wenn sie fertig ist mit Essen, dann darf er auch noch mal ganz kurz was schnabulieren. Und... Dann geht es ihm hoffentlich richtig gut. Zack. Was mit ihm? Achso, er macht hier gerade seine Fitnesskur. Gut. Dann sind die wieder alle, ähm... So, eigentlich fast fertig. Nur wir müssen die wirklich irgendwie... Also wir müssen da irgendwie... Also die defensive Taktik, die hat dann noch... So ein Teil hat es ja funktioniert, ne? Das muss man hier ehrlich sagen, aber... Leider nicht vollständig. Ach, ich bin mir noch nicht sicher. Wir werden sie wieder auf ausgewogen setzen, glaube ich. So. Du bist der Einzige, der noch Stufe 19 ist, aber das ändert sich nach dem nächsten Gefecht. Wir werden jetzt erst mal ganz kurz ins Spiel einsteigen noch mal. Machen wir noch... So, eine Runde kriegen wir noch hin. Dann haben wir zwei Ligaspiele in einem Gefecht. So, wir wollen keinen selber steuern, weil das können wir nicht. Und... Du bleibst beim Gewehr. Das bleibt, das bleibt. So. Bekommst du... Grenadier. Reichweite der Granaten. Was ist das hier? Schneller als die Kugel. Bleibabab die Ausweichmanöver. Und das ist... Aktivieren eines Charakters. Ein Kontrollpunkt. Besetzt. Länge. Ja, das tauschen wir aus. So. Und dieses Unzerstörbar... Lassen wir erst mal draußen. So. Dir geben wir auch das mit den Granaten und du kriegst dann aber auch hier das Gewehr und kriegst dann auch das Gewehr ein. Chaos wird befreit von dem Teil. Der kriegt das schwere MG oder... Ja, komm hier. Meister des schweren Geschützes und du kriegst auch das schwere Geschütz. So. Und du kriegst auch Granatwerfer. So, du kriegst auch... Ich glaube, wenn man das ausgewogener macht, ist das besser, ne? Das schwere Geschütze. Das bleibt erst mal. Und Mr. T bleibt erst mal auch da. Ich glaube auch das mit den Granaten. Mal gucken. Wenn die Reichweite ein bisschen höher ist, vielleicht müssen sie nicht ganz so nah ranlaufen oder können sie den eher auslösen. Wir haben jetzt erst mal ein bisschen auf Firepower gesetzt. Ich hoffe, dass die beiden hier mit dem MG ein bisschen besser klarkommen und unser Sniper ist dann auch weg. Wir haben 103 Skills. Position 8, Position 7, 51 Skillpunkte. Ja. Gucken wir doch mal, wie es denn ausgeht. So. Wir sind hier, glaube ich, in Desert oder wie die Map sich nennt. Ist ja auch egal. Unsere drei Leute, die rennen jetzt erstmal wie belödel auf den Punkt und können den erobern. Zu dritt. Nein, Master rennt gleich wieder durch. Der ist wieder... Der ist wieder gierig. Der rennt zur Mitte durch und wird dann auf Code... Der Priest treffen. Der hat uns mit einem MG. Dass man schön eine mitgibt. Dann gibt es noch eine Granate dahinter. Ach, schade aber auch. So. Mr. T schießt. Dann wird da noch eine Granate hingelegt. Die im Nebel liegt. Und jetzt wird da ordentlich rumgeballert. Jetzt wird sehr, sehr, sehr viel geballert. Medic macht da unten einen kalt. Chaos holt die Mitte. Thompson holt den Punkt. Steht da im Nebel. Und zerlegt ihn sogar. Okay. Okay, 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 okay. So. Das ist erstmal gut. So. Chaos wird das jetzt, glaube ich, dann nicht mehr lange überleben. Hat aber nochmal eine Nate hingelegt. Hat den Punkt aber erobert und hat all die Schaden nochmal verursacht. Was dazu führt, dass Medic ein bisschen Platz hat. Master laufen könnte, wenn er dann eine Granate rauslegt. Jetzt wird er durch seine eigene Granate sterben. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig gelaufen. Gut. Wie sieht es hier unten aus? Am unteren Punkt. Da sind wir auch am einnehmen. Das ist ja mal richtig gut hier, was wir jetzt hier gerade machen. Gut. Okay. So. Da oben sammeln sich jetzt die drei Leute. Thompson, Master. Naja, dann mach doch mal. Gut. Da unten. Fischslap will da unten lang. Mr. T. Und. Aha. Da haben sie uns kreuzgeschossen gekriegt. Aber Mr. T. Macht ein bisschen was. Zack. In der Mitte liegen wieder jede Menge Leute rum. Medic ist bei voller Gesundheit. Master geht oben auf den Punkt. Und möchte den Punkt holen. Hier unten. Der wird entsetzt. Master steht da erstmal. Der Medic kommt mit dazu. The Faring kommt dann da hin. Und Master. Baller, baller, baller. Mach ihn. Kalt. Los. Jawohl. Hat es geschafft. Ich bin gestert. So. Der Medic rennt jetzt nach unten und schießt sich schon mal quer durch die Hütte. So. Mr. T. Konnte dort einen erledigen. Thompson und Chaos kommen da hinten rum. Können auch einen erledigen. Dann liegt erstmal eine Granate rum. Die macht erstmal keinen großen Schaden. Wir sind ja. Wir dominieren hier richtig. Meine Herren. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt. Keine Ahnung, ob diese Umstellung da was geholfen hat oder nicht. Aber wir haben auf jeden Fall richtig gut Kills gemacht. Und Chaos scheint mit der MG besser klar zu kommen als mit dem Scharfschützengewehr. Dann nehmen wir doch gleich die gleiche Runde oder das gleiche Setting und werden damit die zweite Runde gestalten. So. Den Punkt haben wir ja erobert. Jetzt geht wieder alles ein bisschen schneller. Hier wieder mal auf mittlere Geschwindigkeit. Das wird aber trotzdem ein bisschen schneller laufen. Fischlab. So. Thompson ist wieder oben am Punkt. Und? Kriegt er ihn? Nein. Diesmal kriegt er ihn nicht. Chaos erlegt aber den Gegner und Chaos und Medic gehen auf den Punkt. Unten ist erstmal safe. Und wir haben oben die Möglichkeit einen Punkt zu deaktivieren. Master kämpft dort schön nochmal und zerlegt zwei Gegner. Sehr gut. Es sind jetzt fast alle Gegner tot. Mr. T steht da unten am Punkt und beobachtet diesen. Und Master hat oben zwar schwer zu kämpfen, konnte aber nochmal Schaden machen. Und das sorgt schon mal dafür, dass wir aus 55 zu 27 führen. Chaos kann mit der Master Destruction Waffen hier, also mit dem Gatling richtig ordentlich Schaden machen. Master geht erstmal hinterher, hinter Bockelbomb. Wie hieß der? Bojoke. Bojoke? Keine Ahnung. Bad Joke. Ah. Bad Joke, yo. Ähm. Ja gut. Sorry dafür. Aber gut. Was soll's. Hier Thompson. Zack. Und dann haben wir die 100 Punkte zusammen. The Wild Hawks haben wir besiegt. Und das ist natürlich nicht schlecht. Also da sind wir richtig gut hingekommen. Wir haben auch jetzt mehr Granatenwürfel. Wir haben Zeitzeugen in Generierung weniger gehabt. Errungene Punkte, maximale Anzahl der Kontrollpunkte. Aber 4. 5 haben wir hier erobert. Wir haben 5 erobert, hatten aber maximal nur 2 gleichzeitig. Wir haben damit gewonnen. Wir haben ein Liga-Match gewonnen, was uns dann richtig gut Punkte hier bringt. Vor allen Dingen was uns Geld bringt und was uns gut XP bringt. Und noch 25 Sterne dazu. Und die 25 Sterne können wir jetzt für unser Mr. T aufbrauchen. Mr. T. Da können wir nämlich ihm hier nochmal die beiden Skills mitgeben. Dann hat er ein paar mehr Skill-Punkte. Kann er mit jeder Waffe ein bisschen umgehen. Ja, dann müssen wir erst Level 5 zu werden. Da haben wir noch ein bisschen Platz für. Und haben wir eine Team-Taktik, die wir noch aktivieren können. Nein, haben wir erstmal nicht. Gut, dann haben wir jetzt aber zumindest alle Skill-Punkte, die man aktivieren kann, aktiviert. Der Sponsor hat hoffentlich gewirkt. Haben wir die Sponsorkohle gekriegt? Ich weiß es nicht. Doch, müssen wir gekriegt haben. Wir haben über 500 Dollar. Sehr gut. Dann kriegen wir die Sponsorkohle bloß, wenn wir gewinnen oder so. Na gut. Aber den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.